Dann du weg, hopmela. Dann du, na komm hier, was? Enterprise E? Oh, wie geil. Moment, assimilieren. Scheiße. Föderationsschiff Enterprise hat sich aus der Schlacht zurückgezogen. Was? Föderationsschiff Enterprise ist an der Suchkreuzung 8.9 in eine temporale Verzerrung eingetreten. Neues Ziel angeben. Die Enterprise ist irrelevant. Mehr Ziel fortsetzen. Was? Wie geil ist das denn? Okay, ich hab grad die Enterprise in die Flucht geschlankt. Aber ich glaub, das hatten wir auch am Anfang. Scheiße, ich hab einen Kubus verloren. Mann, oh. Zusätzliche Technologien erworben. Ja, sehr schön. Ich brauch noch einen Kubus. Schiffsbau abgeschlossen. Toll. Wie geht's dir? Naja, okay, du bist angekommen. So ein Sheet. Aber wie geil war das denn? Das ist das, was wir am Anfang auch gesehen haben. Oh, ein Torpedogeschütz. Ähm. Wo die Enterprise dann geflüchtet ist, um in der Vergangenheit das zu ändern. Und, ähm. Ich bin eigentlich auch selber schuld, dass ich jetzt hier einen Kubus verloren habe. Denn die Enterprise E hatte ihren, äh. Ihre Superwaffe oder ihren, ja. Ihren Schild da aktiviert. Und die Kuben haben natürlich hier Torpedos. Und, äh, ja. Da hab ich mich dann leider selber mal ein bisschen aufs Vorhang genommen. Nicht assimilierter Spezies angegriffen. So, und, äh, jetzt hat's geklingelt. Super. Ich bin sofort wieder da, Freunde. Äh, so, da sind wir wieder. Das war gerade die Haustürklingel. Ja, ja, ja. So schnell kann's gehen. Ähm. So, du fliegst jetzt zur Reparatur. Ähm. Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen durcheinander, weil es ja, wie gesagt, gerade geklingelt hat. Ähm. Du dahin. Was machst du denn da? In der, okay, Einrichtung. Auch nicht schlecht. So, du hier runter. Der Kubus. Ich will wieder acht Schiffe haben, deswegen. Warte ich jetzt hier. Ein wenig. Ist ja jetzt gleich fertig. In wie viel Sekunden? In. Ah, okay. Da können wir draufbleiben. Und, ähm, dann werden wir da oben weitersuchen. Und ich hoffe mal ganz stark, was passiert da oben? Dass, äh, wir diese temporale Anomalie, die wir ja eben auch gesehen haben, jetzt nicht mehr allzu häufig sehen werden. Das ist mein Wunsch. Und dann sollte der Rest hier auch eigentlich kein Problem darstellen. Voll. Jetzt haben wir nämlich wieder acht. So, du kommst direkt da hoch. Nein, 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 hier. Hier, bleib. Wer kommt? Oh, nö, schade. Na, okay, die, äh, ja, okay, die, äh. Schauen wir uns das eben an, dass der Kubus oben ist. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Ja, das sieht ja mal ganz ordentlich aus. Äh, dem seine Torpedos gehen durch. Wie krass ist das denn? Das ist ja mal krass gewesen. Dass dem seine Torpedos durchgingen. So, da ist mein Kubus. Hm, okay. Gut, wie dem auch sei. Was haben wir denn hier? Aha. Was haben wir hier? Auch wieder. Der hätte hier überall diese Sensoren verlangt. Das ist ja mal... Gar nicht mal so clever. Überlegende Feuerkraft. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Halt, halt, halt. Äh, hallo? So, du runter zum Reparieren. Ja, ha, 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 ha. Ah, wenigstens etwas, was heute Spaß macht. So, dann gucken wir uns hier mal um. Denn wir sollen ja jetzt... Oh, alles zerstören, was von der Föderation... Ah! Endlich. Oh, nein! Das darf doch nicht wahr sein. Und der baut da jetzt bestimmt ein Schiff. Wetten? Na. Der muss doch irgendwo in der Nähe jetzt ein Schiff sein, meine Güte. Der kann doch... Na super, der hier wird angegriffen. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Nein, wir greifen nicht an. Wir werden angegriffen, Kollege. Oh, Mann. Ich hasse das. Ach, mit Ewigkeiten dauert das hier. Die jetzt zu assimilieren wäre jetzt, oder? Ach, komm. Hallo, hallo, äh, Schluss, Schluss. Hm, ganz toll. Dann sehe ich... Haha. Jetzt sehen wir nämlich alle Einrichtungen der Föderation. Ach, guck mal hier. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Ihr habt das ganze Schiff aus diesem Sektor. Na super. So, dann werden wir dem hier mal ein bisschen... ...die Spezialwaffen nehmen. Der Drecksack. Aber das ist schön. Jetzt sehen wir überall, wo der Kollege sich hier... Oh, 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 verewigt hat. Oh, 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 oh... Vor allem hier auch alle. Es geht so schnell. Ja. So, hier war doch noch irgendwo ein Schiff. Da ist es. So, ich glaube, das ist auch ein Rüber. So, du, du, du. Oh, die kommen hier hoch. Oh, 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 oh. Schnell hier runter, schnell hier runter. Wo wollen die denn hin? Da ist doch gar keiner. Ach, die wollen jetzt hier hoch. Weil ich jetzt hier den Mond entdeckt habe, wollen die jetzt hier zu dem Mond. Hm, hm. Hm, okay, was haben wir hier? Oh. Okay, da pürschen wir uns langsam ran. Das ist, glaube ich, die, äh, ja, ne? Die Erde. Ja, da, guck mal, guck mal, guck mal. Ha, 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 ha. Hm. Nicht assimilierte Spezies angegriffen. Na, das machen wir später erst. Da ist das, ähm, na, sag schnell. Das Schiff, was wir ja von Anfang des Spieles kennen, gewesen, das Zeitschiff. Promolition, Promolition? Irgendwie so hieß das. So, dann machen wir hier erst mal ein bisschen den Weg frei. Jawohl, ja. Das weg. Das weg. Das weg. So. Hier unten wahrscheinlich auch wieder. Jawohl. Ne Sensorenverlangs. Der Gute hat aber ne ziemlich gute Übersicht gehabt. Kein Wunder, dass der hier überall meine Sachen angreifen konnte. Und immer ganz genau wusste, wo ich bin. Ja, das Ganze ist aber jetzt nicht mehr. Denn wir kennen ja den Spruch von den Borg. Widerstand ist zwecklos. Und ja, ich kann mal. Dazu muss ich aber jetzt hier unten rein. Die, ja, das ist nämlich was, was ich noch gar nicht gezeigt habe. Die ganzen Spezialwaffen, die die Borg hier haben. Irgendenergieknoten. Was? Stationsbau begonnen. Wie werde ich jetzt mal ein bisschen hier involvieren? Stationsbau begonnen. Da warten wir jetzt noch ein bisschen, bis wir fertig sind. Hallo alle hier mal. Nur als Team sind wir stark. Nicht, dass ihr mir hier das BZs angreift. Immer zuerst das Torpedo-Geschutz angreifen. Dann den Rest. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier hoch. Schön weit außen. Oh, 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 oh. Stationsbau abgeschossen. Oh. Halt. Stationsbau abgeschossen. Zack. Und sie gehört uns. Hehehe. Oh. Und wir verlieren kaum Schilde. Das ist so geil. Oh Gott. Ein Schiff, der die feint. Klasse. So, ich habe jetzt... Stationsbau abgeschossen. Habe ich aber genug. Forschung begonnen. Stationsbau abgeschossen. Jetzt haben wir nämlich hier einmal die Schildremodulation. Remoduliert die Schilde des Zielschiffs und verhindert so die Schilddurchdrängung. Dann haben wir hier einmal den Computerüberlauf. Übernimmt vorübergehend die Kontrolle über die Computersysteme feindlicher Schiffe. Und die Naniten haben wir infiziert, die feindliche Kommunikationssysteme und hemmt die Kommandofunktion. Temporale Störung entdeckt. Das darf doch nicht wahr sein. Und zu guter Letzt startet einen Energieausstoß an mehrere feindliche Zielschiffe und fügt ihnen erhebliche Schäden zu. So, das habe ich jetzt alles hier erforscht. Oder fast erforscht. So, ich bin aber jetzt hier so gut gewesen, dass ich die Schiffswerft hier schon zerstört habe. Stationsbau abgeschlossen. Heißt, wir können jetzt hier genau, sehr schön... Stationsbau abgeschlossen. Nicht genügend Ressourcen. Guck mal, wie viele. Eieiei. Können schon fast wieder eine ganze Flotte draus machen. Mache ich auch. Nämlich die zwei. So, und ihr schnuckelt Kisten hier. Ihr könnt ebenfalls hier hoch. Und jetzt warten wir mal... Oh, wo ist er? Da ist er. Die sind nämlich jetzt gleich hier. Und dann können die nämlich hier auch schon mal ein bisschen abbauen. Na, da kommt er. 180 die Lithium nur. Ui, 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 ui. Stationsbau abgeschlossen. Nicht genügend Ressourcen. Naja, ist okay, ist okay, ist okay. Ähm... Da hat er das, da hat er das. Ah, das ist auch nochmal eine Sternenbasis. Jetzt warte mal, bis er hier mal fertig ist. Das Schiff ist nur unheimlich lahmarschig. Naja. Und vielleicht zeige ich es in der nächsten Mission. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich bin jetzt hier so im Angriffswahn. Das machen wir später. So, jetzt muss ich mich hier taktisch ein bisschen clever anschleichen. Einmal die. Immer schön außer Reichweite bleiben. Genau, jetzt hier runter. Sehr schön. Jetzt habe ich nämlich alles erforscht. So, jetzt hier runterschleichen. Und schleichen vor allem. Und dann ihn hier. Sehr schön. Wieder raus. Dann hier hin. So, und jetzt Angriff hier. Komm, hier Angriff, 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 Angriff. Attacke. Jol, jol. Ah, das ist immer ein Kubus-Ding. Der Mistfing sich hier rauspickt. Und den greift er an. Da seht ihr das. Wenn wir jetzt hier einmal kurz aus der Reichweite fliegen, dann greift er nämlich einen neuen an. Das ist für die Schilde immens wichtig. Sehr schön. Ah, ich bin gerade einmal so gut im Bahn hier. Ach so, das ist das kleine Schiff. Was jetzt in der Station explodiert ist. Was jetzt in der Station explodiert ist. Sehr schön. Dann einmal hier runter. Dann machen wir das noch platt. Und dann nehmen wir uns oben die Reihe vor. Da werde ich aber vorher nochmal speichern. Wovor man jetzt hier gleich das Spiel abstürzt. Da habe ich nämlich keiner Lust drauf. So, die zwei kann schon mal herkommen. Oh, ist noch ein Top-Ding, du bist so. Eieiei. So, da le. Oh, was haben wir denn da? Passive Support-Ding ausgeführt. Ja, so will ich das haben. Was? Äh. Bitte was? Wie geht das denn? Was war das denn? Oh nein, scheiße. Ich bin... Kacke. Nein. Scheiße, ich bin aus Versehen... Guck mal, wenn wir... Nee, er hat es auch nicht. Warte mal. Scheiße, meine ganzen Schiffe sind weg. Ich Idiot. Nee, der hat es auch nicht. Wo ist denn jetzt jemand in Föderation? Nicht genügend Ressourcen. Der hat es auch nicht. Hier, guckt mal. Da, Selbstzerstörung. Startet die Selbstzerstörung-Sequenz, die das Schiff zerstört und alles beschädigt, was sich in unmittelbarer Nähe befindet. Und da bin ich draufgekommen. Scheiße. Ach ja, ist halt so. Ja, komm, wir speichern. Ach, am liebsten hätte ich jetzt noch mal Lust, da jetzt noch mal von vorne anzufangen und dahin zu spielen. Ah, das ist doch zum Mäusermelken. Da ist auch diese Forschungseinrichtung, die diese temporale Anomalie verursacht. So, dann würde ich sagen, nähern wir uns von hier. Stationsbau abgeschlossen. Nicht genügend Ressourcen. Nicht asimiertes Spezies angeboten. Oh, ne Galaxy-Klasse. Wow. Ne Galaxy-Klasse. Du bist aus. Äh, du bist aus. So, komm, 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 komm. Komm, einmal weg hier. Oh, der eine Kubus. Komm, 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 komm. Was? Wurf. Wurf. Oh Gott. Ich hab Wurf gekillt. Scheiße. Ich hab Wurf gekillt. Ui, ui, ui. Jemand hatte in Temporale, ja. Deplatzierung. Was? Deplatzierung? Scheiße, ich hab Wurf getötet. Ui, ui, ui. Ich hab gar nicht gesehen, dass das dem sein Schiff war. Hm, okay. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder warten. Weil diese Phalanx hier wieder ihre Spezialfähigkeit ausgeübt hat. Ja, Transwarp-Tor wollte ich eigentlich auch bauen. Bin ich auch nicht zugekommen. So ein Mist. Die hört mir. Ja, ich hab ne Galaxy-Klasse. Da hat doch jemand gesagt, hier in Armada 1 gibt es keine Galaxy-Klasse. Was ist das hier? Hm, aber wir können sie leider nicht selber bauen. Das ist natürlich schade. Okay, kommt die unten an? Ah, will ich hoffen. So, ähm, weiter geht's. Wir assimilieren die Erde. Erst einmal hier die Ressourcen kappen. Ach, komm jetzt. Okay. Das bringt mich, die jetzt anzufeuern, weil wir dann selber Schaden nehmen. Jetzt lohnt es sich. Und komm, jetzt die letzte. Ja, 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 ja. So, jetzt du, mein Freund. Nee, 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 komm. Das haut mir jetzt hier wieder ab. Hä? Nachher hab ich wieder das Problem, dass die Mission nicht beendet ist, weil irgendwo, 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 noch irgendein Schiff ist. Der baut schon wie... Oh, der baut noch ne Sternenbasis, wie Sau. Aber erst einmal der jetzt hier. Das ist mir ja sehr wichtig, dass diese Scheiß hier weg ist. Jawohl, ja. Sehr schön. Oh, da ist das Schiff, da ist das Schiff, da ist das Schiff. Können wir die eigentlich... Moment mal, kommst du mit, kommst du mit? Sehr schön. Ja, 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 ja. Komm, hier außer Reichweite bleiben. Das, welches Schiff ist das hier? Das ist ne Forschungseinrichtung, außer Reichweite bleiben. Ach, da unten. Und jetzt muss ich auf die Schilde gucken. Und in der hier wird attackiert. Aber die hier will ich als assimilieren. Deswegen bin ich jetzt hier gerade ein bisschen vorsichtig. Da ist auch dieser Schutzschild, den die Klasse hat, die Enterprise-E-Klasse. Zack. So, dann hier mal runter stützen. Ja, sehr schön. Nicht, dass sie mir hier der Spezies angegriffen hat. So, meine Freunde. Hahaha. Jetzt seid ihr fällig. Jetzt gehört die Erde uns, Freunde. Und ich sage schon mal, schön war es. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Besetze Positionen. Primärziel erreicht. Assimilierung der Erde beginnen. Bis zum nächsten Mal wieder. 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 Vielen Dank.